und ein paar Prozent Sons gefickt von Taschenlampe und die Schicht Mann es ist dunkel ich sehe nichts und nicht die Kommodier hier die Ruhe Sporn an Dauern das Spiel hat ja deswegen müsst ihr hier rüber zu mir wir müssen einmal ganz durchlaufen durch die ganze zombies brauchen die schlüsse vom kino ja ich bin hier schon drüben los ich bin schon im kino aber ich bin infiziert also mich könnt ihr vergessen ja egal startet eh gleich neu weiss ich nicht na ich bin tot er ist nicht er hat gefeiert holi shit wenn ich feier scheiße wo sie nex wenn du brauchst da kurz gucken was zu ich dafür für munition braucht ich starte neu ne n bauwarte hey und es war da so gut der freilich feiern ist müssen jetzt ein bisschen taktische angehen das taktische direkt wenn er infiziert ist naja das gehört dazu zur taktik oder man sagt nichts und in die anderen das ist auch taktik wozu gehe ich immer aber das ist eine Art of it der waffe ich brauche irgendeine schlagwaffe hier hammer liegt hier oben und ne taschenlampe hätte ich auch gerne liegt oben schlagwaffe so meine auch vielleicht eine zweite pistole auch noch so ein kinder hammer guckt oh mein gott was ist das das war von alleine ohne taschenlampe ein sparten ist ganz cool ja zum kino jetzt schon wieder was warte wir müssen erstmal waffen sammeln an so einem scheiß ey bunkert nicht alle waffen ich will auch eine ich will auch eine ok das reicht hier oben liegt eine pistole und ein hammer das ist so ein kinder hammer das ist so ein kinder hammer ja komm dann lass ich mir ja zum kino ne das ist unsere aufgabe locate cinema keys ok nimm also friendly fire oder was durch 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 micha hau rein jetzt wo noch keiner an der tür sind ruhig durch warte doch auf mich oh mein gott ihr rennt ich kann irgendwie nicht rennen ich bin voll begeistert hier ist ein nigger hey da eine rennt pass auf hört ihr ihn ey er hat mich ey da war kein hallo hört ihr ihn doch ne v ist wegstoßen wenn die dich packen ach so mach doch nicht Junge ey wo ist der nigger du machst du machst du machst ey bin ich schon rot ne grün aber ja du bist doch grün ja fertig ey mach den taschenlampe ich will hier ich seh nix ja hier oh gott los mach den doch kaputt oah sind ja Kinder ne aber irgendwie will der nicht tot gehen da ist ne taschenlampe drinnen hier rechts will ich ne taschenlampe ne hab ich nicht ey da ist jemand orange das ist nix bestimmt nicht die 10 ich bin orange ich bin orange nein ey hier wartet jemand auf dem Klo hier ist Schlüssel wohin damit Schlüssel weiß ich gar nicht wo wir hin wo ist der Weg links ne ne rechts oder rechts rechts das ist schnelle Musik wir müssen jetzt laufen Micha komm war dein laufen ne wenn das ne ich kann nur eine gehen hoch hoch hast du die aufgemacht wo ist ein Kind hier liegt ne Pistole wer will wo ist ein Kind ey wenn jemand ne Pistole haben hab ich glaubt wir müssen die Batterie vom Wagen hier holen wo ist ein Ort hat's doch du bewegt sie nicht mal wenn du zu haust ja als ob du das wirst ja Taschenlampe Bitsch ist ooooh leuchtet zu rot nein ey hier ist ne Winchester ey wie macht man die Taschenlampe nochmal an rechtsklick ne ja nehm die Waffe dann ich will die ich hab noch keine noch nicht Tür noch nicht öffnen hier weg vom Tür weg vom Tür ich hab ne leere Pistole gib mir die doch dann glaub ich nicht dann nimm die dann ist mich gar nicht bis die ja und nicht vor der Tür geh ne warte einfach ab nicht dass die da ansammeln komm doch gar nicht die steht im Einheit entfernt warum hast du überhaupt ne Machete ich brauch ne Bater Wien Warum nicht? Jo, geh. Hier ist kaputt, ey. Die Tür, wir müssen doch nicht dahin. Ups, ich hab die Waffe gedroppt. Wir müssen hier raus. Aber dringen gleich rechts, ne? Nicht vergessen. Links. Links, meinst du? Ja, oder links? Alles gleiche. Hey! Geh doch! Lock me! Text me, please! Kann man die Tür zu machen? Nee, ne? Oh, kann man tatsächlich. Habt ihr die Batterie? Ey, die Tür geht gar nicht zu, ey. Wie gay ist das denn? Egal, ich lass sie. Oh, ich glaub die Batterie ist weg. Ja, dann... Oh mein Gott, nein, nein, fuck you! Hey! Die Tür geht zu! Du bist so scheiße, alter! Die ist immer hin und her gewackelt. Ich kann nicht zu machen. Ja, weil du in der Tür standst, wahrscheinlich. Jo, wo ist die Batterie? Geh mal weg hier, ey. Mike. Ich schieße hier alle um. Habt ihr noch nicht Batterie genommen? Geradeaus müssen wir wahrscheinlich durch, ne? Ja, da ist rechts. Ja, dann musst du die Batterie nehmen, ey. Oh, THC, THC, THC. So. Oh, ich hab keine Money mehr. Ich seh die Batterie. Hey, das ist die Batterie, ey. Ja, das ist hier zurück, komm. Ich hab sie, ich hab sie. Na gut. Ich würd grad sagen. Ey, wo ist der Negerkind? Da ist ein Läufer. Da, da, der Negerkind kommt. REN! Ja, das ist ein Mädchen. Michael, REN! Hey! Hey! Ich bin so gut für... Ich bin mega rot, Alter. Das ist grau und so. Ja, du... Es ist grau? Ja, tut ihn. Du bist scheiße. Sorry, Mike. Ich musste das tun. Das war nix Persönliches. Du hast dich vergezögert, Junge. Du hättest... Hättest du nicht sagen sollen, dass so ein Bildschirm grau ist. Du musst rausholen, ne? Du hast dich vergezögert, Junge. Ja. Ja. Wenn du sagst, dein Bildschirm ist grau, das ist ein Todesurteil. Dann fallen deine Melds über dich her. Behalt das beim nächsten Mal für dich. Ich hab' nie gefunden, ne? Ich hab' nie gefunden, ne? Hinter... hinten die Straße, da. In die Richtung quasi. Ey, braucht ihr noch ein zweites? Nimm mich schon mit. Okay. Ja, dann mach' den Weg frei. Man kann nie genug Propan haben. Ist so. Ey, kein Zombies. Ey, wenn's gefährlich ist, drop... Wenn's gefährlich wird, droppe ich's und, äh, schieß drauf, ne? Camillas Kaffee. Dann müssen wir hin. Uiuiuiui. Ja. Hier ist ja ein Panzer. Ey, hier ist ein Kind! Nee! Hier sind zwei Kinder! Oh, Alter! Ja, da hat jemand aus Propan geschossen. Ich hab' auf die Kinder geschossen. weg! Ihr müsst aus, ähm, Polizeiauto schießen. Ey, wie viel Leben hab' ich noch? Ey, du bist rot. Ich bin noch Mike. Warte! Mich hat drei Lebenspunkte und Kando aus 8. Yeah! Und Adventure Dude hat 70. Ja, das ist nice. Aber... Hm. Wir müssen hier rein. Ey! Du müsstest einfach nur einmal falsch hauen und ihr seid beide sofort tot. Achso, ihr seid noch nicht infiziert? Nee. Ja, warum sind die? Bei denen ist alles grau, Junge. Ja... Nein, nein, nein. Lügt nicht, lügt nicht. Die fallen nicht über die Pferde! Oh mein Gott! Schülern, du Mistkurt! Micha, renn! Er will dich! Oh mein Gott! Micha, renn! Er will dich! Taschenlampe, ey! So geht das nicht! Oh Gott! Ey, wo ist dein Name? Der ist weg! Ja, besser ist... Weil das schon ein Zombie ist! Der ist feinlich geworden! Feinlichmannsch! Ey! Ey, in diesem Schlafzimmer ist... ist noch ein Zombie. Hinter dir. Micha! Okay, nicht auf! Hier, links an der Ecke! Links um die Ecke ist einer! So! Wie ist das? Er infiziert auch nicht! Nein! Bei dem ist alles grau, Alter! Ja, weil wir lowlife sind! Ich war auch lowlife und du hast auch... Schülern, renn hoch! Kill ihn! Ja, ich hab hier keinen Vision! Ich seh hier nichts! Ich weiß nicht! Links! 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 Die Treppe hoch! So? Ja, jetzt geradeaus! Nach oben! Oder? Ich glaub, es macht gleich BOOM! Lol! Bin ich ja schon tot? Ich hab' bis im Kreis gerannt! Achso! So, nochmal! Geradeaus? Ja, für mich ist es selber dunkel, aber... Ja! Hä? Geh' mal jetzt einfach so quer! Micha, komm du mal her mit der Taschenlampe, wenn du schon gesund bist! Ich hab dich nicht! Ich hab' 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 dich nicht! Ich war' auch gesund! Ich hab' dich nicht! Trotzdem hab' ich ein Brecheisen auf'n Hinterkopf bekommen! Ich weiß nicht mal, wo wir gehen müssen! Nein, du bist raus! Du musst da aus dem Fenster raus, ey, und dann gegenüber ins Haus rein. Ach, hier. Nein, das ist jetzt echt... Ohne Witz. Das Fenster kannst du aufschlagen. Nein, nicht das. Das da. Das da? Ja, das kannst du aufschlagen, wenn du draus springst. Und dann kannst du da runter. Und dann musst du da gegenüber, da hinten irgendwo hin. Oder rechts irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau, wohin. Mach Kompass an. Oder nicht. Fick mich in die Richtung. Ja, dann geh. Richtung Polizeiauto musst du. Ähm, war irgendwo ein Kind. Ja, Schulein, du kannst schon wieder raus. Wie, ich habe Haschlampe, Bitches. Ja, was? Ne, oder? Das ist rot. Oder zeigt rot, nein, wo du hin musst. So rausgesprungen. Ne, ne, das weißt du. Weißt du? Ich glaube, die Tür ist richtig. Die Tür ist rot. Wo ist Micha hin? Die Treppe hoch. Hä? Guck nicht auf. Micha verarscht dich. Der will leben. Kein Scheiß. Der ist jetzt infizit, man. Der wird sich gleich töten. Ist der jetzt so? Und dieser Lava ist keine Scheiße, man. Ich glaube, du brauchst den Schlüssel. Du brauchst den Schlüssel. Ne, ne, du brauchst den Hebel. Du brauchst den Hebel. Da ist ein Fenster, da kannst du raus. Da ist er auch rausgegangen. Da hinten läuft so eine Tür, der rot. Achso, ja. Ja. Du musst ja jetzt geradeaus. Da durchs Fenster. Und dann links rum, um die Ecke. Links um die Ecke, direkt. Ja, raus. Da steht er doch. Da ist irgendwo ein Hebel. Du darfst nur nicht durchs Feuer, du bist eh schon low. Es gibt es erstmal Metzgerhebel. Oh mein Gott. Bitch. Gott. Hammer. Oh, da kann ich gar nicht sein. Das ist wirklich gegen die Beine ankämpfen. Soll ich das nicht machen? Geh weg. Oh mein Gott. Oh, zu viele. Hinter dir. Hey, wo bist du? Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich bin tot. Ja, okay. Oh, noch ein Kind. Ich hab noch Stress. Du bist kein oder was? Halloween oder was? Hier, du Bastard. Oh, wie du Zorn. Bastard für die Kinder. Wobei mit mir ist, wobei mit mir. Ja, hast nicht mehr viel Leben. Jo, das ist eine scheiß Waffe, ey. Ich sterbe. Mich hat nicht getötet. Ach so, so ist das. Jo. Ja, auf ein neues. Ja, nicht früh sterben, man. Auf so einen Scheiß hab ich keinen Bock. Ja, das war eigentlich extra. Zorn hat mich getötet. Jetzt bin ich schuld, nee. Ja, ist es. Schuld. Oh, Baseballschläger ist ja heftig. Penalus ist ja alles genommen schon, ey. Ich hab nur eine Pistole und eine Sniper. Oh, du musst wieder an das Kino rein. Habt ihr das schon noch nicht viel? Ich hab das schon noch nicht. Ich bin bereit. Erwartet, was ich komme. Wenn ihr mal den Vorschlagkammer haben? Oder die Axt. Weißt du, das Schlimme an diesem Spiel ist auch noch, dass dann wirklich einen Punkt dafür kriegt, dass er mich getötet hat. Ja, natürlich. Und ich, ein Minuspunkt. Ja, ne? Ich hab keine Waffe. Hey, die kann ich auch noch aufnehmen, cool. Hab ich alles Mögliche an Waffen. Ja, ich hab hier so eine Feuerwehrachse, das ist fett. Komm, durch, durch. Mach das Ding schnell hoch. Schnell, schnell. Oh mein Gott, Zombie-Schiß voll der Tür. Warte, warte, warte. Ich hab eine Pistole. Wurst, renn durch. Mich hat direkt tot. Mich ist echt, mich ist echt tot. Ich stehe wieder auf, tötet es. Ich stehe wieder auf, tötet es. Ey, hört auf. Wir können sich vergessen, lass weggehen. Jetzt bin ich fast tot. Warte, ich hab ein Flypfeil, ich mach. Ihr müsst ihr werfen, ja. Wo ist die zurück? Man kann doch nicht töten, dadurch töten, was ist das für ein Scheiß? Wir sind zu viele, man. Jetzt können wir nicht durch. Ja, dann mach ich den anderen Weg frei. Hier sind keine mehr. Hier sind vier, also fünf. Fünf. Genau, genau. Ja, keine Waffe. Schuss, ehrlich gesagt. Hier sind keine mehr. Ja, weniger. So, wo müssen wir hin, rüber zum Kino? Ja, 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 ja. Er braucht Zuschlüsse wieder. Pass auf die Ningerkinder auf. Da kommt's noch. Nein, nein. Links, 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 links. Die Tür hat euch zu. Ey, was ist kaputt? Warte, Triple. Ah, Double. Oh, wow, hat mich geschlagen. Wie viel Leben haben wir noch alle? It's open. Ey. Warte. Hätte ich deine Taschenlappe aufgehoben, ey. Oh, oh. Mike hat 100. 150. Wie lange hat 73. Okay. Oh. Jo, wo gibt's denn die Schlüssel hier? Ein Taschenlappe für mich. Hä, die Schlüssel sind draußen, oder was? Hey, die Schlüssel sind irgendwo anders. Sie sind hier nicht drin. Die ist doch da. Wo? Ach, da. Hä? Wieso wird das nicht auf der Karte angezeigt? Auf dem Kompass? Ui, 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 ui. Ich hab, ich hab, hey. Oh, daneben. Ich mag diesen Zaun voll, wie die Kopf wegpustet wird. Was? Vorher noch ein Pesthode. Äh? Was kommt denn hier? immer weg ja so holt euch die dicken waffen meint du passart nur du kannst die scheiße ich hab die noch vom start die pistole ja das stimmt batterie liegt rechts rechts ich mach schon mit hier auf links ja ich hab sie nein ich habe dir gesammelt mach die Tür zu oh ne Waffe Taschenlampe Taschenlampe das ist ein Kind vor der Tür wie baue ich die scheiße hier ah da jetzt passt auf mit dem Propan hier beim letzten Mal hat es uns ja fast aus den Latschen gekippt aber Zwist gesorgt was irgendwas muss ja so jetzt deckt mich oh mein Gott das sind voll viele eh nur einer braucht Propan ja ich bin ziemlich schnell und wir können sie haben den Propanhof fliegen ja einen können wir hier opfern schieß einfach drauf mach die auf und dann schießt drauf oder du schießt drauf oder du schießt oder du schießt drauf warte ich schieß drauf du bist du bist what du bist ich hab keine Muni mehr oh du bist ein wenig ich hab keine Muni mehr ich hab keine Muni mehr eigentlich liegt das schon eine Leine hoch wenn du sie vor die Tür stellst deinem Kaffee ja glaub ich auch ja das ist das Objekt das man machen muss ich habe noch eine hitlerwaffe spielzeugwaffe was für löcher hier drin sind und das ist immer noch nicht explodiert er ist ein kind er lässt mich durch ein arzt da sind kind dahinter ok und ist durch hoffen mal schon ja einer an den können wir auch vorbei jetzt ja guck mal hier ist alles leer kommen ja ich weiß aber dann werden sie haben kreditscheid der kreis johann erinnert oder das meckst du es kennengelernt mich ist gut die rennen sind voll fies entdeckung entdecken er kommt Seht ihr den Niederhandel mit dem Afro, der jetzt angerannt kommt? Ja rein, ich kann rein! Das bin ich, ey! Ja, ich bin tot! Ja, danke, dass du nichts gesagt hast, ey! Ich hab keinen Bock mehr! Bist du! Ich hab mein Bestes gegeben, Mann, der ist auf mich zugerannt, der kann ich auch nichts machen ohne... ...Money oder so! Nee, hab keinen Bock! Hier sind zwei Pistolen! Ja, ich bin auf dem Platz! Okay! Okay! Jo, dann... ...dann lösen wir das hier mal auf! David, da!